Der Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum? Ja, da habt's. Da ist das weiße Haus. Kannst du es irgendwo hinstellen? Da ist ein Buch. Und das ist... Keine Ahnung. Das ist ein Paket. Bist du nicht? Nein, geht schon. Geht schon. Was? Wieso ist das denn kaputt? War das von Amazon, weil es kaputt ist? Und jetzt zeige ich die Kamera, was das war, wenn wir uns auch wissen. Ja, das... Nur zu sagen, was das ist, das kann man nicht lesen. Das kann man nicht lesen. Ein Marine Auto? Aha. Ein Fernsteig. Es ist... Was soll ich da jetzt sagen? Nein. Und da ist ein schöner Polster. Und der ist schon rein. Ja, aber das ist ja keine Ahnung. Ja. Ein Sternpolster. Super. Der leuchtet im Dunkeln. Perfekt, Finn. Ja, super. Dann ist da... Es fühlt sich an wie Stifte. Wie Stifte. Wo ist denn die Tasche jetzt? Ich hab's ja gewusst, dass es Stifte sind. Soll ich schauen gehen? Und jetzt hab ich wieder, bunte Stifte für die Schule. Und so weiß verpackte Stifte. Geben wir das einmal. Und das ist ein Buch. Das hab ich schon ertappt. Das hast du schon ertappt? Mhm. Fröhliche Weihnacht überall. Töne durch die Lüfte. Oh mein Scher. Jetzt geht's weg. Ja, weil du darfst das nicht sehen. Weil ein Schwein nicht immer Glück bringt. Hm 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 hm. Achso. Weil ein Schwein nicht immer Glück bringt. Warte. Weil ein Schwein nicht immer Glück bringt. Perfekt. Es ist kein Buch. Es ist die Robi Witt. Die hab ich auf dem Papa seinen Computer gesehen. Es ist aber keine CD. Das ist ein 2020 Kalender. Ein Kalender? Ein 2021 Kalender. Ein Kalender. Ich dachte das sind nur deutsche Sachen. Ein Kalender ist das oder? Ja klar. Ein Kalender. Super. Schau was für ein Kalender ist es. Ein 2021 Kalender. Kannst ja mal aufmachen. Den Kalender. Es ist ja aber noch nicht 2021. Wir hatten. Und das sind glaube ich so. Katze. 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 Wie macht die Katze? Schnur, Schnur. Wie macht die Katze? Genau. Hat der Papa schon gesagt dem Film, was er von der Oma gekriegt hat? Nein. Da hab ich Socken gesehen. Und Mini, XX Mini Trolley Wägel. Da hab ich Socken gesehen. Und Mini, XX Mini Trolley Wägel. Und seine Geschenke auszupacken. Wieso? Na, weil alle anderen Kinder reißen die Backeln auf. Und schauen nach, was sie alles gekriegt haben. Und du brauchst Geld. 8 Minuten 30 schon. Und das ist gecuttet schon. Was? Es ist wund. Es ist ein Ball. Es ist wund. Es ist ein Ball. Ein schöner Ruppein. Komm auf. Tennisbälle. Hier sind die Schere gekriegt. Jawohl. Die hat er kaputt gemacht. Die sind Slutsänger. Slutsänger. Slutsänger? Slutsänger. Slutsänger sind die besten Sänger. Slutsänger sind die besten Sänger. Ja, mach auf, du Schwerking. Mach auf, Heders. Ich will nicht, dass man das so ausziehen muss. Der große Catch. Wieso? Das ist ein Tennisball. Zwei Tennisball. Und drei Tennisball. Wieso? Wieso? Das ist dein Lieblingsgeschenk. Ja, aber jetzt. Was? Dann hab ich den Ball. Das ist schwer. Ernsthaft? Das ist dein Geschenk. Das ist nicht dein Geschenk. Das habe ich mir gekauft. Das habe ich ihm gekauft. Entschuldige. Achso, das ist nicht das. Entschuldige. Ich habe gedacht, das ist das. Das ist... Kratzbuch. Wo ist dein Kratzbuch? Was ist das für ein Kratzbuch? Das ich mir geholt habe. Zum Kratzen. Das ist das. Das ist das. Und das leuchtet? Ja, da. Da unten. Also nicht der Weltraum leuchtet. Nein. Wunderbar. Komm bitte. Ja. Vielleicht drehst du dir zu kurzes Licht ab. Uff. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es aus. Cool. Ja. Also leuchtet es auch hintereinander weg? So Farbwechselmodus? Ja. Ah, jetzt? Okay. Gut. Ja, ich warte. Das ist wie der Lebo. Wie bei der Überraschung. Das ist ein Lego Nuklearsubmarin. Damit du nicht drauf bist. So, nächstes Geschenk. Ein Porsche. Ein Porsche. Und ich habe keinen Bock dich rauszuschneiden. Ehrlich gesagt. Danke. Ich habe mich festlich gekleidet mit meinen kaputten Socken. Ein Körperspray. Weil das so stinkig ist. Was ist das für? Für den Mund. Für den Mund. Für den Mund. Was für den Mund? Ja. Ein Körperspray für den Mund. Nein. Und da unten noch was. Und da ist... Komm her mit deinem Mund. Ein Partyball. Komm her mit deinem Mund. Komm her mit deinem Mund. Ja, wie? Komm einfach näher. Lehn dich nach vorne. So, ja? Lehn dich nach vorne. Geben wir. Ziehst du einen von mir her? Nicht. Alter. Mach auf. Mach auf. Ach so. Komm her. Mensch, jetzt habe ich schon gekämmt. Ein Partyball. Ein Partyball. Aho? Party OSBball. Okay. Geht schon. Schau mal, lesen mal auf dem Etikett. Steht das Sabine oder Markus? Da steht Markus Dichler. Das ist also für dich, Finn. Wieso? Oben. Das ist ein Geige-Kreis. Der muss aus der Pappung ausgehen, weil er zu schwer ist. Das ist jetzt ein Geigergerät. Mal schauen, was wir dann so finden von Markus Dichler. Das wird man zusammenbauen müssen erst. Ey, ein Brett. Und da ist der Akku. Das ist gerade... Ein Metalldetektor. Nicht erkennen. Ein Metalldetektor. Ein Metalldetektor. Aha, super. Das ist ein super Gerät, ja. Nehmt das und versteht sie da hinten. Passt uns bitte noch. Kannst du ziehen? Ja. Passt. Am Friedhof gehen wollen wir. Ja, die Goldszene. Ja. Das ist jetzt Geschenk. Ja, mach das. Es ist schwer. Greif es ordentlich an. Ja, er hat aber noch, dass sie weg sind. Ja, jetzt ist es im Mund. Ach, bitte schneid Dich nicht. Ja, ich habe gesagt, wie das ist. Ja, ich bin ein Soll ich dir helfen? Das hat Corona, das steht mit den Scheinen an. Nimm es. Die ist schwarz verpackt. Ist ja mal was Neues. Wieso ist das denn so viel? Das kommt aus meiner Bettmannskatze. Der ist aus Plastik oder was? Oder ist er da drin? Was soll das sein? Sieht aus wie ein Radio. Ich dachte, er ist einfach fertig gebaut aus Rins. Was ist das denn? Ein 3D Drucker-Fins. Ach so. Ach so. Sehr schön. Ja. Der Markus hat es ihm schon gesagt. Ja. Einen 3D Drucker. Gibt es da auch eine App dazu, damit man da auch was drucken kann. Ja. Wie heißt denn die App? Ja. Wie heißt denn die App? Da ist, glaube ich, noch Holzbrett. Ja, ein Holzbrett. Ja. Ja. Endlich. Aber jetzt habe ich für das ganze Weihnachten gewartet. Jetzt habe ich endlich. Komm, hopp, weiter. Das war's. Ich habe keine mehr. Ja. Da hat der Papa gesagt, das sind die alle vor euch. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Dann ho, ho, ho. Sag viele Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Cookie, komm her, schau. Komm. Frohe Weihnachten.